Du bist ja eine äschte Type oder du bist ja eine Marke. In meinen Augen ist das ein echtes Kompliment. Gerd Kulhavi, ist es im Business denn unverzichtbar, so zu sein, eine Marke? Sagen wir es mal so, die Marken werden wahrgenommen. Und deswegen ist es schon ein ganz wichtiger Punkt, zur Marke zu werden, weil man kennt das ja aus dem eigenen Verhalten, man vertraut Marken. Marken sind natürlich auch überregional bekannt. Und wenn man bekannt ist, wird man dann auch gleich besser wahrgenommen. Und in einer Zeit der Zuvielisation, wo es zu viel von allem gibt, ist Aufmerksamkeit die Währung. Und da ist es natürlich ganz wichtig, auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da ist unter anderem natürlich ein Weg zur Marke zu werden, dass man für ein Thema, für ein Produkt oder was auch immer steht. Aber wie wird man zur Marke? Warum ist es so wichtig? Und klappt es auch, wenn man eigentlich keinen Bock auf Rampenlicht hat? Das und was das alles mit Udo Lindenberg und Elon Musk zu tun hat, hört ihr heute, freut euch. Er ist eine echte Marke. Gerd Kulhaben. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends. Neue Skills. Bücher. Campus Beats. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi und herzlich willkommen hier bei Campus Beats. Ich bin auch wieder am Start. Andrea Peters ist mein Name. Und ich möchte diese Folge mal sehr persönlich eröffnen. Denn ich hatte die letzten Wochen eine außergewöhnliche Phase. Ich habe sieben Wochen lang die Pause-Taste gedrückt. Ich habe mich erst mal verzogen. Ich habe mich verkrümelt aus diesem ganzen Zirkus, der da draußen herrscht, um zu fragen, wie bleibe ich bei mir? Wie bleibe ich einfach bei meinen Werten, die mir wichtig sind? Und ich habe es mit einer großen Radreise geschafft und bin jetzt sehr, sehr froh, wieder am Start zu sein, hier bei Campus Beats. Denn diese Frage, wie bleibe ich bei mir, ohne sich selbst zu verlieren, quasi für das Einstehen, was einem wichtig ist. Damit beginne ich heute diese Folge mit Gerd Kulhavi. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kulhavi. Hallo Frau Peters. Vielen Dank für die Einladung. Natürlich. Sie haben ja gerade das Buch geschrieben, Unternehmerstrahlkraft vom Hidden Champion zum Leuchtturm der Branche. Da liegt es eigentlich auf der Hand, genau Sie zu fragen, wie machen Sie es denn persönlich? Wie bleiben Sie bei sich selbst? Also zum Leuchtturm der Marke, da habe ich mir natürlich am Anfang auch viel Zeit gelassen. Man ist ja so ein bisschen als typischer Unternehmer oder auch Deutscher damit beschäftigt, erstmal Leistung zu bringen und erstmal auch die Wirkung aufbauen, die man haben möchte. Und das ist natürlich erstmal auch viel Arbeit und dann muss man natürlich auch irgendwann mal dazu übergehen, auch die Öffentlichkeit anzusprechen, was nicht jedermanns Sache ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Überwindung, weil man, sagen wir mal, von der Grunderziehung, das ist auf jeden Fall bei mir so gewesen, eher auf Bedachtsamkeit, eher nicht auffallen, erzogen worden ist und nicht, dass man die Öffentlichkeit sucht. Und ist es denn so, dass Sie trotzdem, Sie ja nun auch im Rampenlicht stehen und Sie sind Experte für Marken und für Marketing, dass Sie trotzdem sagen, also man muss sich gar nicht komplett verstellen, um in dieses Rampenlicht zu kommen, sondern man kann dann bei sich bleiben, trotz allem noch? Ich denke, das ist schon so, dass jeder verschiedenste Rollen erfüllt. Also ich bin natürlich auch Vater, ich habe einen Sohn mit elf Jahren und da bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich bin Ehemann, da bin ich auch wieder ein anderer Mensch und ich bin natürlich Chef, da bin ich auch wieder ein anderer Mensch und dann bin ich irgendwann mal auch derjenige, der die Menschen betreut, die ganzen Redner, Promis und Wirtschaftsmagnaten und da ist man auch wieder ein anderer Mensch. Man muss halt nur in seiner Rolle authentisch sein, also das heißt, die man dann einnimmt und so geht es ja auch vielen anderen Schauspielern, die dann hervorragend eine Rolle spielen beziehungsweise auch eine Rolle ausfüllen mit gewissen Dingen, die zur Rolle gehören. Und jetzt ist es natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal wichtig, wer spricht denn da? Wer ist Gerd Kulhavi? Und ich sage ein paar Worte und es wäre toll, wenn Sie das noch so ein bisschen vervollständigen, weil da fehlt wahrscheinlich jede Menge von dem, was sie sind, was sie ausmacht. Ich sage, Gerd Kulhavi ist Marketing-Experte, Vollblut-Unternehmer, Chef von Speakers Excellence Deutschland Holding, Europas größte Redneragentur und er ist ständig irgendwie mit Promis aus allen Bereichen im Talk, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herr Kulhavi, was fehlt denn da noch so an Rollen oder auch an Wichtigem, was Sie gerne noch hinzufügen möchten? Nein, ich denke, das haben Sie schon ganz gut gesagt, die Rollen, die ich da einnehme. Ich nehme natürlich die verschiedensten Rollen immer zu verschiedensten Zeiten ein. Eigentlich fehlt da fast gar nichts mehr, außer dass man die Privaten Rollen dann das eine oder andere Mal sich danach sehnt und die oft zu kurz kommen. Also, dass man für Familie da ist und für sich selber auch immer hin und wieder. Man übersieht sich leider selber zu oft auch, was nicht unbedingt gut ist. Man sollte da viel mehr drauf achten. Ich habe selber mal einen Achtsamkeitskurs machen müssen, also dass ich auch wieder ein bisschen zu mir finde, weil man, wenn man da ganz über den Wolken schwebt, ist es schon nicht immer ganz einfach. Ich habe in Ihrem Buch direkt, ist mir was ins Auge gefallen. Das waren zwei Dinge. Zum einen im Inhaltsverzeichnis Storytelling schlägt Studien und Statistik. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil Storytelling auch mein absolutes Steckenpferd ist. Und ich habe zwei Namen entdeckt, die ich sonst mehr so aus dem Trash-TV kenne. Harald Glöckler und Guido Maria Kretschmann. Ich habe mir einen Ast abgefreut. Wie passt das Ganze zusammen? Vielleicht erzählen Sie so ein bisschen, was Ihr Buch ausmacht auch, damit die Zuhörer dann einfach einen Eindruck erhalten. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar anders sein als andere ist so ein bisschen die Botschaft. Nur wenn man anders ist, wird man auch wahrgenommen. Also wer in der Öffentlichkeit wirken will, muss sich vom Mainstream abheben. Und da hat natürlich Harald Glöckler, den Sie ansprechen, der exzentrische Modedesigner, der dadurch natürlich viel mehr Öffentlichkeit kriegt. Aber man sieht es natürlich auch in anderen Branchen. Nehmen Sie Sascha Lobo mit seiner roten Irokesen-Schnitt. Das ist bestimmt ein sehr guter IT-Experte, ein Digitalisierungsexperte. Das ist bestimmt sehr, sehr gut. Aber es ist bestimmt vielleicht nicht der Beste. Oder vielleicht gibt es auch viele andere Gute, die noch da sind. Aber wen kennt man? Man kennt ihn aufgrund seiner Frisur. Oder Elton John mit seinen verrückten Kostümen oder schrägen Brillen. Lady Gaga mit ihren Outfits. Und so ist es halt durch die Bank so, dass das Anderssein ein großer Unterschied. Oder nehmen Sie auch so ein Horst Lichter mit seinem Markenzeichen, sein Schnauzer. Aber es gibt unheimlich viele Köche und Horst Lichter ist der, der bekannt ist. Jetzt ist er natürlich ganz ins Entertainment gewechselt mit Bares Ferraris. Also das macht er natürlich auch hervorragend. Aber sein Markenzeichen war jetzt nicht allein, dass er der beste Koch war, sondern es war sein Schnauzer. Es war sein anderes Aussehen. Und das muss einem erstmal bewusst werden, weil wir sind alle drauf getrimmt, immer nur besser zu sein. Aber wir müssen anders sein. Und das zeichnet die Aufmerksamkeit aus. Und das macht einen am Schluss auch wieder, wir haben es am Anfang schon mal kurz gehabt, zur Marke oder zu dem, was einen auszeichnet oder ausmacht. Herr Kulabi, Sie sagen das so, einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt nach Jahrzehnten im Business als erfahrener alter Hase, sage ich mal so. Aber wie geht es denn? Haben Sie für die Newbies so ein paar Tipps, auch wie man das aus sich herauskitzeln kann? Also ich denke, es ist schon immer wichtig, dass man erstmal anschaut, was hat man alles schon hinter sich oder was für eine Vergangenheit hat man, was bringt man mit, was kann man anderen weitergeben, welchen Nutzen kann ich für andere bringen. Und das ist erstmal das Wichtigste, was man hat. Und dann muss man natürlich wissen, welche Zielgruppe möchte ich bedienen, was ist meine Zielgruppe, möchte ich Stadthallen füllen, möchte ich Unternehmer sein, möchte ich lieber Achtsamkeitskurse machen. Wer ist meine Zielgruppe? Und der Zielgruppe entsprechend muss ich natürlich auch meine Schrillheit oder meine Andersheit ausleben oder aufzeigen und halt auch gewisse Eigenheiten. Das zeichnet es aus. Also Ihre Frage war ja, wie finde ich es in mir? Also ich muss eine Expertise haben in einem Bereich, das ist der Grundvoraussetzung, man sollte irgendwo ein hohes, ein tiefes Wissen haben zu einem Themengebiet und dann kann man schauen, was für ein Typ bin ich oder was für ein Typ möchte ich sein, was hilft oder was hilft nicht, weil sonst sind viele immer damit beschäftigt, einfach noch mehr Wissen zu haben, noch mehr Kurse zu machen, noch mehr Auszeichnungen zu machen, aber sie denken nicht an das Wesentliche, anders zu werden und auch die Öffentlichkeit zu reizen oder auch zu polarisieren. Und hier gibt es natürlich verschiedenste Unternehmertypen, auch gucken Sie den Wolfgang Krupp an, ist ein ganz toller, guter Unternehmer, aber er ist auch sehr kantig. Also er ist ein Made in Germany und dass er jedem seiner Mitarbeiter den Arbeitsplatz garantiert, ist schon eine eigene Persönlichkeit, das zu sagen und auch so hinzustehen. Aber das ist auch eine gewisse Generation, die er damit vertritt und so gibt es auch auch verschiedenste andere Beispiele, die man aufzeigen kann. Wissen Sie, das sind ja nun auch sehr bekannte Beispiele, die Sie dann nennen. Also ich habe bei diesen Namen auch direkt ein Bild vor Augen, auch direkt die Menschen vor Augen. Ich komme manchmal in Unternehmen hinein und werde gefragt, naja, was kann ich denn bei der internen und externen Kommunikation noch verändern, verbessern? Und mein Satz Nummer eins ist immer, geh mit deinem Gesicht raus in die Welt. Ja, also zeig dich einfach, weil du bist eine Type, du hast tolle Ansichten und bitte vertritt das doch auch nach außen hin. Und ganz häufig bekomme ich aber die Antwort, nee, machen Sie das doch. Oder nee, der andere, der kann das ja viel besser. Nicht jeder hat einfach Bock drauf und kann sich das vorstellen. Wie lässt sich diese Hürde überwinden? Vielleicht mit dem Wissen, warum es so wichtig ist, nach außen zu gehen? Also ich glaube, da haben Sie schon eine Antwort gesagt. Also erstmal ist es natürlich immer wichtig, wenn ich nach außen gehe, ich muss die Menschen lieben und ich muss Kommunikation lieben und ich muss es lieben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist schon eine Hürde, die man überwinden muss. Und da muss man auch gucken, welchen Grad der Überwindung möchte man da wirklich gehen. Also ich denke, wenn man kein absolut schriller Mensch ist und das überhaupt nicht liebt, braucht man auch nicht besonders schrill werden. Aber da hat man eine andere Eigenheit, die man aus- und aufbauen kann. Wie ich ja schon gesagt habe, wie das bei den Horstlichter oder anderen ist, da gibt es ja immer eine Kleinigkeit, die man mehr herausarbeiten kann. Also aber man sollte natürlich schon sich überwinden und also es ist ja auch bei mir so gewesen, ich bin auch eher der Typ so gewesen, der hat gesagt, naja, ich mache meine Sachen gut und jeder hat mir dazu gesagt, du musst mehr erzählen über das, was du tust. Nein, sage ich, ich muss erst mehr leisten und ich muss erst alles hinkriegen und ich muss alles machen und das hat mich immer jahrelang angetrieben. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, es kommen Menschen auf den Markt, erzählen über dieses Gebiet und haben nicht die Erfahrung und das Wissen, was ich habe. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist aber Schluss, jetzt muss ich was erzählen. Und dann habe ich mich aufgemacht, zu sagen, wenigstens in einem gewissen Umfang möchte ich mich hier an die Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit gehen und darüber erzählen und ich möchte auch nur darüber erzählen, was ich an Wissen habe. Also das Gebiet, was ich vertrete, also dieses Unternehmerstrahlkraft, den Menschen zu zeigen, wie sie zu mehr Strahlkraft kommen, das ist ein absolutes Wissen und auch Erfahrungswissen der letzten 20 Jahre. Da kann ich drüber berichten, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht als Geschäftsführer unserer Firma eine ganze Veranstaltung moderieren wollen. Das ist nicht meine Fähigkeit. Da gibt es tolle Moderatoren wie Sie und Moderatorinnen, die können es wesentlich besser und das ist Ihr Know-how und ich würde auch jedem Geschäftsführer empfehlen, um Gottes Willen, lassen Sie sich nicht immer überreden, die ganze Moderation zu übernehmen, lassen Sie sich einen roten Teppich ausrollen, lassen Sie sich von dem Moderator auf die Bühne holen, lassen Sie sich größer machen und hofieren und das ist wichtig und dann erzählen Sie nur über das, was Sie wirklich auch in Ihnen steckt und das ist das, was Sie schon geleistet haben. Ihre ganze Professionalität, die Sie schon durch Ihr Produkt, durch Ihre Firma, durch Ihr Wirken, durch Ihre Dienstleistung erbracht haben, das ist das Wichtige, darüber können Sie erzählen und das glaubt man Ihnen auch, das ist authentisch und das kommt drüber und da ist es dann sogar total egal, ob Sie ein Riesenrhetoriker sind oder ob Sie jetzt jede Geste richtig machen, im Gegenteil, man nimmt Ihre Kantigkeit, Ihre Normalität und Ihre Originalität viel mehr an, als wenn Sie sich zu A künstlern, weil Ihre, also die Leistung dieser Unternehmer, die kommt ja nicht allein, dass sie einen tollen Auftritt machen, die Leistung kommt daher, weil sie einfach auch tolle Produkte oder ein tolles Business geschaffen haben und dafür werden sie gewürdigt und geschätzt und das muss man einfach wissen, dass ein Unternehmer wird viel mehr verziehen, als wenn man reiner und Entertainer oder Moderator ist, deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, das Einzige, was Sie jetzt von mir als Gerd Kulhavi lernen können, ist das, wie vermarktet man sich richtig, aber ich bin jetzt kein Rhetoriktrainer oder irgendwelche andere Sachen, das ist nicht mein Business. Und da würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Beat on Repeat Herr Kulhavi, Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich wie man diese Strahlkraft auch bekommt, das können Sie weitergeben und das machen Sie unter anderem sehr unterhaltsam. Übrigens in Ihrem Buch kann ich nur empfehlen, Unternehmer Strahlkraft vom Hidden Champion zum Leuchtturm der Branche, aber ich möchte natürlich jetzt in dieser Podcast Episode ein bisschen was auch den Zuhörenden mitgeben. Haben Sie so ein, zwei, drei Dinge, so einen Tip to go, den Sie weitergeben könnten oder ist das zu individuell einfach? Nein, es gibt natürlich viele Tipps, aber das Erste ist natürlich erstmal wichtig, dass man nieder für sich festhält, welche Zielgruppe möchte ich bedienen, was ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte, was für eine Wirkung möchte ich erzielen und dahingehend baut man dann seine Kommunikationsstrategie auf, wie man da kommunizieren möchte. Haben Sie, Entschuldigung, weil ich werde das ganz häufig gefragt, weil ich auch von dieser Botschaft im Storytelling oft rede und dann werde ich gefragt, was ist denn so eine Botschaft zum Beispiel? Dann sage ich immer, naja, bei Aladin ist es, Disney kann das hervorragend, Liebe ist alles, Geld ist nichts. Haben Sie ein Beispiel für so eine typische Unternehmerbotschaft, die darüber kommen kann? Das ist jetzt natürlich ganz individuell, das müsste ich mal gucken, welche Firma man da anspricht, welchen Claim die Firma hat. Es gibt natürlich große Firmen, die dann ihre großen Claims haben, wie B&B aus Freude am Fahren oder andere Sachen, jetzt kommt es immer darauf an, für welche Firma stehe ich. Das heißt, die Botschaft ist häufig im Claim abgebildet, die gibt es schon eigentlich, sie ist da und... Ja, es kommt jetzt darauf an, wenn ich jetzt ein Persönlichkeitstrainer bin, habe ich eine andere Botschaft. Jens Korsen hat es mal ganz toll beschrieben, der hat gesagt, die Ausstrahlung ist das Produkt einer lebensbejahenden Haltung, die Menschen zu lieben. Also das heißt, das ist natürlich eine tolle Sache oder beziehungsweise auch ein weiterer toller Satz von ihm ist, die Ausstrahlung ist das Produkt meiner Haltung. Also man strahlt immer das aus, wie man selber in sich ist und Jens Korsen hat mir auch da ein sehr gutes Interview gegeben, was auch in dem Podcast ist, Podcast, äh, Podcast sag ich, in dem Buch mit drin ist. Und das ist also wirklich hervorragend, da nachzulesen, weil da merkt man die große Erfahrung und dass er wirklich die ganz großen Menschen und ganz großen Firmenlenker der Welt betreut und begleitet hat. Also... Es gibt einen Menschen, der sie begleitet hat bei diesem Buch jetzt erschienen im Campus Verlag und das ist Judith Wilke Prima-Wesi. Und ich habe da mal was vorbereitet, das ist eine kleine Überraschung für sie. Ein Einspieler. Sie hat mir was geschickt. Seine Fans wissen das natürlich. Ich weiß es erst aus Gerd Kulawis Manuskript. Bevor er so berühmt wurde, hat Udo Lindenberg seinen Masterplan auf einem Papiertischtuch skizziert. Erstens, zweitens, drittens, acht Punkte. Das war August 1973 und seine einzige Frage war, Wie werde ich der größte Rockstar? Nie nüchtern auf die Bühne ab 1,2 Promille steht da, Röhrchen von Polizei besorgen und Hut oder Scotland Yard Mütze, klar, wofür er sich entschieden hat. Du bist Bisexualist, ein Punkt und ein anderer, später ebenfalls von ihm umgesetzt, DDR kümmern. Tim ist durchgestrichen, daneben steht Udo Lindenberg und der Name seiner Band Panikorchester. Faszinierend finde ich, wie Gerd Kulawi Wirtschaft und Showbusiness zusammenbringt. Hier wie da, zeigt er, funktioniert die öffentliche Wahrnehmung gleich. Erfolg hängt oft an Menschen, die wiedererkannt werden, weil sie einen Plan haben, anders sind, Regeln brechen. Er sagt sogar, eine Unternehmerpersönlichkeit, die draußen auffällt, bringt mehr fürs Unternehmen als teure Werbekampagnen. Eine Hürde ist, dass die Wirtschaft von Hidden Champions lebt, den unbekannten Weltmarktführern, die ihr stilles Geschäft in Nischenmärkten betreiben. Und genauso halten sich die meisten Köpfe dahinter, am liebsten von der Öffentlichkeit fern. Für Leute mit vornehmer Zurückhaltung gibt es dabei eine gute Botschaft. Es geht nicht darum, möglichst laut rauszugehen und besser dazustehen als andere, sondern anders. Das Spektrum ist unendlich, wie Kulawi an wunderbaren Beispielen zeigt. Es muss nur passen. Die Zutaten zum ganz persönlichen Masterplan liefert sein Buch. Mit Gerd Kulawi zu arbeiten, macht großen Spaß. Nicht nur, weil er in einer unkonventionellen Branche unterwegs ist und selbst unkonventionell. Er ist Unternehmerpersönlichkeit und hat einfach diesen Blick fürs Wesentliche, was immer vieles erleichtert. Ich kann nur sagen, danke, lieber Herr Kulawi, für die tolle, direkte und lebendige Zusammenarbeit. Das ist ja toll. Das freut mich. Das höre ich gerne. Das macht ja richtig Spaß. Vielen Dank dafür. Da muss ich ja gleich nachher anrufen. Und es stimmt tatsächlich, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und konzentriere mich auf das Wesentliche bei den vielen Dingen, die man erlebt. Und ich fand das jetzt eine ganz tolle, fast Laudatio für mich. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Das tut gut. Schön, schön, schön. Herr Kulawi, abschließend würde ich Sie gerne nochmal fragen, was kann denn da noch kommen? Ich meine, Sie sind schon ein Type, Sie sind schon eine Marke. Was schreiben Sie sich noch auf den Zettel? Also ich schreibe mir jetzt auf den Zettel. Ich gehe jetzt immer mehr dazu über, auch diese Dinge, die ich erlebt habe in den letzten Jahren, weiterzugeben, anderen Leuten zu helfen und auch so ein bisschen in Richtung Business Angel gehen zu wollen. Also man hat so viel von den Menschen mitbekommen. Ich möchte jetzt einfach dazu übergehen, da mehr wieder weiterzugeben, weil ich habe das große Glück, irgendwann mal mich dazu entschieden zu haben, dass mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, die alle großes Wissen haben, viel mitgebracht haben. Ich habe alle möglichen Politiker der Welt schon betreut bei Veranstaltungen und habe sie begleitet auf ihren Touren. Und da kriegt man natürlich ein unheimlich großes, tiefes Wissen. Und das ist natürlich schön, weiterzugeben. Was mir am meisten aufgefallen ist, dass die wirklich großen Menschen der Welt immer ganz normal waren und einfach nur Menschen waren. Und das ist auch bei den Politikern, denke ich, oft, man erwartet viel zu viel, weil sie sind letztendlich auch nur Mensch und das ist auch gut so. Und sie versuchen immer, das Beste zu machen. Aber es ist schon ein Gottesgeschenk, das alles erfahren zu dürfen und auch so nah dran zu sein. Auch bei Thomas Gottschalk, das hat mir auch damals sehr gut gefallen, ob du mit ihm essen gehst oder auf der Bühne oder egal wo, er ist immer gleich. Er ist immer lustig. Ich könnte immer lachen, wenn ich mit ihm zusammen bin, weil er einfach eine Type ist, so wie Sie auch sagen. Und das ist das Wichtige. Es sind alles nur Menschen und man sollte immer auf die Menschen zugehen und fragen, was hatte ich zu dem gemacht, was du jetzt bist? Und das sind dann oft die einfachen Dinge, die einen dazu gemacht hat. Aber es ist halt doch auch, es sind viele, die Tugenden des Spitzensports sind ähnlich wie in der Wirtschaft. Also das heißt schon was, dranbleiben, durchhalten und weitermachen und das ganze Zeit und immer wieder aufstehen. Das sind schon Dinge, es hört sich so abgedroschen an, aber es ist halt schon etwas, was einen ausmacht. Und natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, an die Öffentlichkeit gehen. Das Wissen zu teilen und zu wissen, dass es nur besser sein, nichts nützt, sondern anders sein und sich nicht die Brot von Butter nehmen zu lassen von anderen, die dann zwar weniger drauf haben, aber viel mehr kommunizieren und dann ärgert man sich, Mensch, das Kind, warum ist der so? Ein kleines Beispiel aus meinem Business, ich muss ja immer wieder neue Persönlichkeiten entdecken und Reden entdecken und dann sitze ich immer in der Mitte von ein paar verschiedensten Leuten, links ein guter Redner, rechts ein guter Redner und dann sagen beide, Menschenskinder, guck mal den da oben an, der ist ja ganz flach, der sagt ja gar nicht so viel und der macht ja nur Storytelling und aber warum kommt der so gut an? Und es ist halt das Storytelling, es sind nicht die reinen Fakten und das macht es natürlich aus und das muss man wissen und wenn man es weiß, kann man es ignorieren, wenn man möchte, aber man kann es auch zu Nutzen machen und man muss halt das eine oder andere dann auch für sich in seiner Rolle, in der man ist, nutzen, was möchte ich nutzen, weil das sind die maßgeblichen Dinge, die einen vorwärts bringen und das kann man überall nachschauen, ob es in der Politik, in der Wissenschaft oder auch im Lifestyle ist oder in der Musik, es sind nicht die Popstars weitergekommen, die nur die beste Stimme hatten oder die beste Gitarre spielen konnten, sondern es waren immer die schrägen Typen, die nach vorne gekommen sind und jetzt muss man einfach gucken, was ist der eigene Schrägegrad, wie weit ist man bereit zu gehen oder was ist für einen das Urtümliche und bei Horst Lichter ist es einfach wieder ganz banal, seine schöne Art zu kommunizieren, seine wertschätzende und sein Aussehen von seinem Schnauzer, den er hat mit seiner Brille, das zeichnet ihn aus und das hat ihn auch zu dem gemacht, was er heute ist. Sagt Gerd Kulhabi, Marketing-Expert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er sein persönliches Wissen aus diesen Jahrzehnten im Business mit uns teilt in seinem neuen Buch, erschienen im Campus Verlag Unternehmerstrahlkraft vom Hidden Champion zum Leuchtturm der Branche. Oder, wie ich jetzt gelernt habe, entscheidet euch, wollt ihr Udo Lindenberg, Horst Lichter oder lieber Madonna sein? Geht auf jeden Fall an die Öffentlichkeit. Wer gehört werden will, muss trommeln. Auch ein Zitat gelernt im Buch. Da habe ich zwei Zitate noch zum Schluss. Ja, bitte. Die finde ich ganz, ganz toll. Eines ist dann natürlich, Pablo Picasso hat mal gesagt, unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale, deswegen sollte man schon immer versuchen, ein Original zu bleiben. Aber Markus T. Cicero hat auch einmal ein Zitat gehabt, oder ist auch mal ein Ausspruch gehabt, der da gesagt hat, Dichter werden geboren, Redner werden gemacht und so sehe ich das genauso. Also man muss dranbleiben, man muss dran arbeiten, weil man wird nicht über Nacht einfach entdeckt, sondern, ach ja, da fällt mir auch noch ein toller Satz von Harry Belafonte ein, der mal gesagt hat, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden und das ist es tatsächlich. Und ich kann, um diese Folge auch sehr persönlich zu beenden, sagen, verstellt euch nicht, seid so, wie ihr seid, gebt das Preis, was ihr auch von euch preisgeben wollt, gebt nicht zu viel Preis, aber eben auch nicht zu wenig. Ihr werdet das Lächeln und die Dankbarkeit tausendmal zurückbekommen und lasst euch von niemandem einreden, ihr seid falsch. Hört auf eure innere Stimme. Sag ich, Andrea Peters. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.